Auf der Motor Show in New York hat Mazda soeben den neuen MX-5 vorgestellt. Neben der bekannten eher puristischen Stoffdachversion bietet Mazda den neuen MX-5 alternativ auch mit einem elektrisch versenkbaren Hardtop an, welches in der geschlossenen Version optisch an einen Fastback oder ein Kopie erinnert und in der offenen Version an einen Targa. Ich bin mal auf die Publikumsresonanzen gespannt.